Frage ist jetzt nur komme ich da unbeschadet wieder raus denn das macht mir eher also was heißt unbeschadet das ding ist halt der schlüsse da eine straße Das ist schon echt schön. Ah, okay, okay, okay. Ach, da war ich vorhin. Okay. Schweinchen. Ja, gut. Da oben. Gut. Speichern. Na, fuck. Ich glaube, wir hätten das eher... Ja, gut. Ich probiere es einfach. Ja, ja. In der Hoffnung, dass wir... Oh, Fug. Okay, gut. Habe ich eine Idee? Gut, da habe ich eine Idee. Und zwar... Fressen erst mal was. Man kann da also easy raufspringen. Gut, das ist vom Spiel so gewollt. Da denn. Aha. Auch cool. Gut. Können wir auch dann mal hingehen. Und zwar muss ich da jetzt hinrennen. Da muss ich ganz schnell mir so ein Ding reinknattern. Und so einen. Okay, let's go. Ja, ja, ja. Da. So, zack, 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 zack. Einmal. Zack. Und hier. Das Ding. Jo. Ist okay. So. Puh. Wahrscheinlich habe ich es ein bisschen falsch gemacht. Aber es ist scheißegal. Was ist das? Stoneblood. Ach so. Ja. Gut. Kann man verkaufen. Ist jetzt nichts, äh, weltbewegendes. Müssen wir mal später gucken. Wenn wir eine bessere, äh, Ausrüstung haben. Weil ich will da jetzt nicht mein ganzes Zeug, äh, rein investieren. Wenn wir da sowieso nichts Großartiges finden. So. Wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, zehn Patronen oder so liegen gelassen habe. Bist du? Deswegen. Ah. Ah. Ist schwierig. So. Das hier. Das können wir nachmachen. Das können wir da nachmachen. Ja. Ist halt auch ein bisschen Grinding, Farming. Ist halt so. Ach. Ja. Pack mal ruhig deine Waffe weg. Ich tu dir nichts. So. Hier, guck mal. Was ich habe für dich. Zack. Gefunden. Und datte. Hältst davon. Nice, oder? Nicht schlecht. Ja. Es ist ein ziemlich gutes Zeug, das du da hast. Sag mal. Wann kriegt denn hier eigentlich, äh, andere Ausrüstung? Hältst. Äh. Uh, okay. Äh, hier gibt es einiges. Ähm. Uh, okay. Äh, gut. Es ist, äh, jetzt blöd. Ha. Pseudodok, also Sales, find the jellyfish, äh, I'm not interested in this kind of jobs at the moment. Äh. What the heck are you bringing me in all this crap for? Ja, chill doch mal. Ähm, ich würde nämlich ganz gerne doch... ...markridge. ...da hingehen. Yes, pack. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. So. So. Man muss auch vorankommen, ja. Also ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Stash. Aber so ein bisschen am, am, am Anfang ist schon, ist schon ganz nett. Und wer läuft er denn? Also wer ist das? Und der wundert sich. Na, wo dann ist los? Tachchen. Jetzt geht. Okay. Er hat anscheinend nichts zu viel zu sagen. Zumindest nicht mehr. Ich hab ihn ja alles gebracht. So, was war hier noch? Oh. Cool. Ah, nee. Hier, hier knattert's. Da muss ich nicht unbedingt lang. So, die Leichen bleiben natürlich liegen. Finde ich ganz cool auch. So, dann gehen wir mal da lang. Bin ich doch mal gespannt. So, die Leichen, ich höre dich. Komm raus. Ach, du Heiliger. Äh. Was? Ja, Schweinchen. Alles wird gut. So. Ja, nice. Nichts Besonderes hier drinnen. Das wäre vielleicht nochmal ein Fluchtort. Ja, aber ansonsten. Ah. Ah. So, Schweinchen. Schweinchen, babe. Skript halt nicht, ne? So. Ah, hier. Pipe. Oh. Nice. Mal her, hier. Sehr, sehr gut. Äh, jo. Judy. Ansonsten gab's hier eigentlich nichts weiter, oder? Na, man könnte natürlich... Ach, stimmt ja, hier ging's ja nicht weiter. Hm. Gut. Äh, 31. Wer wollte denn eigentlich jetzt diesen... Den haben? Man, im Endeffekt... Klar, wenn ich den jetzt verkaufe... Naja, egal. Komm, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir gehen erstmal weiter hier. Sonst, äh, kommen wir nie voran. Sonst, äh, kommen wir mal weiter. Ciao. Komm mal deine Hilfe, Freund. Was geht? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Aber wir können auch gleich mal diese Sidequests hier machen. Hört das sich komisch an. Ja, die sind mich jetzt mit den... ...Hunden beschäftigt. Oder waren, besser gesagt. So, dass ich die... Uh, Anomalie. Ähm... ...Nubi's Backpack. Okay. den hat es aber zerlegt, den einen. was ist das hier? das Ding ist, da hinten geht es doch weiter. so. granate, ich überlege gerade. da ist bla bla bla, ich kippe mal Makarov. was ist das? garbage. da, da, da. ah, hier, hier. äh, na. rug ridges. na ja, probieren wir mal, wa? knack da hinten. ja, cool. da. radioaktive level. okay. eine spritze ist also die ganze radioaktivität weg. gut zu wissen. das haben wir jetzt auch. gut, dann gehen wir jetzt einmal zurück. und weiß nicht, vielleicht machen wir ein paar side quests. vielleicht kriegen wir von dem auch bessere waffen rüstung. ich bin ja eher so der typ, ich gehe erst mal am anfang um rüstung. weil, klar kann ich, könnte ich mehr schaden austeilen. aber, was bringt es mir, wenn ich nach einem hit oder so down bin? gar nichts. deswegen. links höre ich schüsse. was geht? ja. we can keep it clean at of banner and each time they come back again at the same hands. okay. hm? von wem bist du? luna. ja. auch nicht schlecht. geht jemand Gitarre? okay. ja. ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. auf jeden fall. also, man merkt auch gar nicht, dass gefühlt jetzt schon zwei stunden um sind. oder ein bisschen mehr als zwei stunden. und, ja. okay, meine hat mehr. so, denn, äh. das ist genau Anomalie. äh. die, die, die. und. trade. not bad. some pretty good. alright. so, dann gib mal hier ein paar. oh shit. die dein. ja. eliminate two bandits at the garbage. ja. ist okay. äh. nein. zurück. ab und fort. ach. wir können hier ein. ah. okay. ja. einmal ab und fort. ach. wir können hier ein. ein paar. ich hoffe, die laufen nicht in ein paar. ah. das ist natürlich blöd. camp. äh. kill the stalker. das ist natürlich blöd jetzt. finde ich nicht so nice. äh. get the artifact. das ist natürlich jetzt. da werde ich. wahrscheinlich. warte mal. kann ich? na egal. wir machen das schon. äh. ja. gut. ähm. machen wir mal anders. so. nehme ich mal mit hier. sind ja in anführungszeichen nur 5 kg. die wir einfach mehr schleppen. aber ist okay. jellyfish. okay. ähm. ja. das wird ne nummer. sag ich euch. aber wir müssen halt da lang. hilft ja nix. wir werden aber auch definitiv nicht alle missionen erfüllen können. die werden ablaufen. safe. aber erstmal muss man die sachen halt finden. oder. hinkommen. oder. dann hast du sie. aber gibts nicht rechtzeitig ab. killst irgendjemanden. den du nicht killen sollst. was nicht alles so passieren kann. aber ich probiere halt das beste daraus zu machen. ganz einfach. und dann. wird das schon klappen. ja. genau so gehe ich eigentlich auch jedes spiel. also. vor ne. das beste probieren. und dann wird man sehen wie weit man kommt. so. und wenn man halt nicht mehr vorankommt. dann ist das so. dann ist das so. genau. ok. ok. so. 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 wie siehts da vorne aus. schön. schön. ja. so. 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 Würde ich sagen, speichere ich hier erst mal. Jaja, komm. So, da ist der rote Punkt. So, da ist der rote Punkt. Ja, blöd. Jaja. Das sind mir die richtigen. So. Die Hackler und Koch MP5. Okay, warum leckt das hier? Ich habe keine Ahnung. Perfekt. So. Kann bestimmt nicht aufmachen. Oh, nix. Yes. Move to next level. Yes. So. 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 So.